Hallo zusammen, hier unter meinem Haufen versteckt sich das Acer C720. Das Acer C720 ist ein Chromebook mit dem Google Betriebssystem Chrome OS. Und wie immer, bevor ich zum Chromebook selber komme, da ist es, einmal ganz kurz der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist einmal internationale Dokumentation über Sicherheitsbestimmungen und den Garantieadressen. Dann haben wir hier einmal mit bei eine Schnellstartanleitung. Das heißt, hier wird euch in wenigen Schritten erklärt, wie ein Chromebook funktioniert, weil es ja doch etwas anderes ist als ein Windows-Betriebssystem. Dann haben wir hier ganz normal im Lieferumfang das Netzteil mit Ladegerät und das Chromebook an sich selbst. Unser Chromebook hier hat ein SD-Speicherkartenslot. Wir haben hier einen USB-Anschluss. Dann haben wir noch die Möglichkeit, einen Kensington-Lock anzuschließen. Auf der anderen Seite befindet sich dann noch einmal der Anschluss für die Ladebuchse, der HDMI-Ausgang, sowie ein weiterer USB-Port und der Anschluss für ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon. Dann haben wir hier im Grunde nicht mehr viel weitere Anschlüsse. Braucht man aber auch nicht, weil das Wichtigste hat das Chromebook mit bei. Das C720 hat ein 11,6 Zoll großes TFT-Display. Das Ganze ist matt. Das ist schön, das heißt, es spiegelt nicht so und man kann es auch ruhig mal draußen verwenden, was jetzt besonders im Sommer wichtig ist. Wir haben einen Intel Celeron-Prozessor mit 2x1,4 Gigahertz. Wir haben 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Im Inneren ist eine 16 Gigabyte SSD verbaut. Zusätzlich gibt es zu dem Chromebook Google Drive Speicher. Das heißt, wir bekommen hier 100 Gigabyte extra ins eigene Google Drive. Ja, eine HD-Webcam ist mit bei, WLAN ist mit bei, Bluetooth ist mit bei und eine Akkulaufzeit liegt immer ungefähr so bei 6 Stunden. So, was ist jetzt an einem Chromebook besonders bzw. was ist anders? Im Grunde ist es so, dass bei einem Chromebook alle Apps übers Internet laufen bzw. übers Internet bezogen werden. Es gibt keine, ja, also man muss jetzt keine extra Programme installieren, sondern man geht dann einfach nur in die Apps. Das sind dann Schreibprogramme mit drei Tabellenkalkulationen, Google Player, Hangouts Möglichkeiten, Google Maps. Also alle Google-Anwendungen sind gleich mit dabei und man hat die Möglichkeit über den Chrome Store weitere Programme, sozusagen die für ein Chromebook entwickelt wurden, halt abzurufen und zu installieren. Das heißt, hier kann man einmal mal kurz so durchblättern, was es denn alles gibt. Hier sucht man sich dann die passenden Programme aus, die man jetzt gerade haben möchte, die man nutzen möchte. Dann gibt es dann halt auch Offline-Apps, die funktionieren dann komplett ohne Internetverbindungen, Online-Apps und so weiter. Beim Chromebook selbst ist natürlich auch noch zu sagen, alles, was hier installiert ist, also Schreibprogramme zum Beispiel, kann man auch Offline nutzen. Das heißt, man ist hier nicht auf eine Internetanbindung angewiesen, sondern man kann unterwegs problemlos Dokumente schreiben, bearbeiten und kann sie dann, wenn man zu Hause ist, ganz bequem einfach wieder dann übers Internet versenden beziehungsweise dann auch in seinem Google Drive speichern. Ja, so viel dazu vom Acer C720 Chromebook. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.